nochmal kurz speichern welch bestand ja 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 genau so ja komm ok danke so und ich bin kurz weg om nom 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 ich hab gegessen ich satt bin ich nun Hobbs töten will unwissbar demütigend hey bro was geht ab ich suche jemanden der mich zur Obstfarm bringt mhm ich zahle auch für eure Hilfe Händler können hier recht gefährlich das ist die Abmachung ihr bekommt ein Viertel des Lohns jetzt und den Rest wenn wir heil ankommen komm ich aus sagt einfach Bescheid wenn ihr mich begleiten möchtet ich werde ok ich bin so viel auf dem Weg dort hin also ja klar Ausgezeichnet blablabla blablabla ja 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 mhm so ok dann folge mir folge mir ja genau hier lang bitte geht es euch gut geht es euch gut ey man jetzt sehen wir schonmal die Obsidien den Obsidien-Schmitzhammer nicht die oh Gott riesenbild ok ok I won't kill kill them all so und dann so so ey 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 kollege kollege schlussig so ja ich versuch's grad aber du bist mir grad keine Hilfe wenn du die ganze Zeit hier rumredest ich ey kollege du hast meine ah mein Kampfmultiplikator runtergeholt stirb da ja ich blitze ich blitze ja was fällt dir eigentlich ein mich da bei einem ström wir müssen pünktlich sein ja dann komm mit dricksack oh Gott noch ein ja pfff aha jetzt dich pfff so der ist auch weg blablabla blablabla ähm ja derf Obstfarben ja toll oder ich finde das gut das Gold habt ihr euch redlich verdient und hier noch einen Bonus für eure harte Arbeit danke danke ok und jetzt können wir direkt das Ausdrucksmittel männlicher Bizeps zu benutzen männlicher Bizeps hört sich ja interessant an jetzt mal nochmal kurz speichern und dann versuchen wir uns nochmal an den Hops mit unserer neuen Waffe sollte diesmal ja irgendwie funktionieren häufig das mal ne so hier links war das derp 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 so sieht man sich wieder hallo so so und weiter qualvoll mit feuer und so ja cool cool zieh die scheiß Waffe und tötet sie tötet 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 Jetzt stirb endlich. Stirb, verdammt! Wie oft? Hallo? Drecksack. Oh Gott. Oh Gott. Wo ist F2? Da ist F2. Das jetzt doch nacken zu tun, ist vielleicht doch nicht ganz so schlau, aber egal. Ja, das tust du, Maiden. Oh Gott. Ey! Die Olle, die behindert mich hier vor. Ey! Kannst mal aufhören, mich hier wegzudeuinen. Madame. Nein, hatte ich nicht vor. Wie oft noch? So. Ich bin langsam ein bisschen langweilig, also vielleicht mal ein bisschen schneller hier machen. So. Ich rufe es mir auf. Oh ja, unser Kampfmultiplikator ist extremst hoch. Es ist verdammt hoch. Ich werde jetzt kurz nochmal ein bisschen hoch pushen und dann sollte es auch hoch genug sein, um dann schließlich... So. Wir sind bei 165 Grad manchmal. Scheiße. Genug. Ich bin noch... Oh Gott. Ja, ich habe jetzt mein... Ah, da, mein Kampfmultiplikator. Ich denke mal, jetzt ist... Genau, die... Entschuldigung. Oh Gott. Eine richtige Zeit um den... Nee, natürlich... Ach ja. Ähm... Fail. Wie hoch ist mein ganz normaler Kampfmultiplikator? Das würde mich jetzt... Bisschen Inter... Ach, 500. Okay. Dann geht das auch. Ähm... Gegenstände oder Tränke? Lebenselixier. Benutzen. So. Wie viel haben wir jetzt dazu bekommen? Weiß ich jetzt nicht genau, aber egal. So, hätte ich jetzt natürlich... Ja, halt, oben sieht man... Dem ist ja nicht ein bisschen weiter gestiegen, ne? Ja, genau. So, aber jetzt... Jetzt geht es doch viel einfacher. Ja. Und ich habe Whisper endlich besiegt. Sie werden es sich zweimal überlegen, bevor sie mir wieder was klauen. Nicht schlecht. Nächstes Mal wird es aber nicht so einfach. Äh, damit ich mich... Verwirrge. Das reicht mir jetzt. Vielleicht hat die Gilde etwas Interessanteres für mich zu tun. Interessanter als dich mit mir zu messen. Viel Spaß. Tschüss. Yay. Wir haben die Quest nackend gemacht, aber nicht mehr als 10... Also... Nicht 10 mehr als Whisper getötet. So. Derp. So, weiter. Wir haben halbwegs viele Erfahrungen und Punkte bekommen. Ich ziehe mich mal kurz an. Gewänder... So. Tragen. Ja. Was habe ich eigentlich hier? Kein Hemd. Achso, das. Kampfmultiplikator liegt bei dem ganz normalen noch auf was? Warte mal. Oh, ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Egal. Werde ich ja nachher sehen. Falls es nicht besonders schlimm, denke ich. Aber ich habe doch schon einen ganz guten Bonus auf die Gesundheit bekommen. Glaublich. Ne? Oder? 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 Ich weiß ja nicht. Das nächste Mal werde ich mehr genau darauf achten, dass ich da in einem wirklich sehr, sehr hohen... So einen richtigen... So einen... riesigen Kampfmultiplikator ab. Ja, ja. Suchst du das, ne? Angriffszauberkanten? Nein. Ich werde auf den Blitz ganz einfach sparen. Ich werde den erstmal ein bisschen weiter ausbauen. So bringt es auch nicht unbedingt was. So, dann könnte ich hier Körperbau... Hm. Es wäre doch gar nicht so schlecht, Körperbau ein bisschen zu verbessern. Ich habe ja noch so viel Erfahrung. Und Gesundheit oder Zähigkeit. So, dann kaufen wir noch das hier. Dann sollte es davon aber auch erstmal reichen. Und dann Zauberkraft. Oder was? Was haben wir hier? Ich habe einen Attentäter-Zauber-Attentäter-Eingriff gekauft. Der ist gut, ja. Und das ist schon mal gut hier. Genau, richtig. Binderhals. Hm. Cool. Zeitverlangsamen ist auch sehr mächtig. Ne, ich glaube den Rest lasse ich erstmal. Ich könnte... Ne, ne, ne. Tempo könnte ich auch noch holen. Komm, das mache ich einmal. List. Ne, lieber nicht. Dann doch mal Willenskraft, Zauberkraft. Tja. Warum nicht? Jetzt kann ich aber nichts mehr machen. So. So, so, so. Wie oft noch so, so, so. Händler-Eskorte. Dies sollen wir jetzt nehmen. Großartig nehmen wir direkt dazu. Denke ich mal. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe dann einer. Kommt drauf an. Ob da wirklich eine ist, die... Keinen Schutz könnte ich wieder machen. Händler beschützen. Müssen alle Händler überleben. Das werde ich machen. Ohne einen Kratzer ist natürlich eigentlich schon unmöglich. Kein Schutz. Ja, äh, und jetzt einfach losrennen. Ähm, einfach losrennen. Ähm, einfach losrennen. Danke. Yay. Yay, ich bin gut. Yay, ich bin göttlich. Ich bin einfach super. Eishet. Äh, hört auf zu kiffen. Ist nicht gut. So. Dann. In ein dunkler Wald. Wir sind zwar schon in einem dunklen Wald. Aber, ne? Oh, lalalalalalalalalala. Oh, das war... Ich habe ihn jetzt auch direkt geköpft. Ist ja cool. Schauen. Ja, meine Willenskraft und Energie ist auf niedrigem Stand, das interessiert mich aber kaum. Denn ich werde sie alle hier toll töten. Haft. 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 Oh, er ist schon tot? Okay. Nee, sieht gar nicht aus wie eine Maske. Spocken. Wo sind Gegner? Da sind Gegner. So, nimm das, nimm dies und nimm das und das und noch das da. Und ja, ich würde gerne. Toll, du hast mein Ding jetzt unterbrochen. Aber egal, dann kriegst du halt nur noch mit meinem tollen. Ja, ich köpfe hier natürlich einen mit einem Spitzhammer, mit einem Rabenschnabel. Obwohl das kein richtiger Rabenschnabel ist hier. Egal, geht natürlich. Tod getreten. Und zwar nicht in der U-Bahn, aber soll er hochgehen. Hatten wir ja gesehen. Ähm. Okay. Oh, ne, ich war ja nicht alt oder so. Sondern anscheinend noch etwas jünger. Egal. Dann, Greatwood See. Wir sind gleich hohen... Ach, hier war ich schon mal. Wir sind gleich... Da. Ich kann ja natürlich... Und dann... Hatten Täterangegriffe hinter ihnen teleportieren und... Boah, töten. Geht alles. Ops. Ja, das interessiert mich gerade aber kaum. Ey, Kollege. So geht das nicht. So, ich töte sie doch schon. Keine Bange. Sie werden schon elendig verrecken. Dann, Rafa. So. Oh, Willenskrafttrank direkt wieder eingesammelt. Warum trägt eine Wespe ein Willenskrafttrank? Aber, naja, egal. So. Gib mir Erfahrung. Danke. Wir werden immer... Guter. Äh. Ne. Verlangen, Räuberzollhaus voraus. Räuberzollhaus. Ja, ja. Hallo. Zum Spaß, dann bringe ich sie zum Spaß um. Was steht denn hier? Der Räuberzoll ist fällig. Halte das Gold bereit. Oh, was steht hier? Wer kein Salz hat, stirbt eines qualvollen Todes. Das musste der Typ hier wohl... Das hier ist ein Privatweg. Ihr müsst... Oder wir könnten euren Kopf zur Zierde aufhängen. Uns ist beides recht. Wie man sieht, ist unser Haar auch ein bisschen heller geworden, ne? Ein bisschen... ...Metaler hier. Ne. Gibt dem Räuber 400 Garten? Nein. Stirb, Dreckdreckdreck, stirb. Ich habe keinen Bock, irgendwas zu bezahlen. So, ich drehe dich nochmal kurz tot. Danke. So, dann ziehe ich mal die schöne Waffe. Zoom ein bisschen ran. Und suche mir, glaube ich, den dort hinten aus, um ihn zu töten. Nein, er läuft wieder weg. Das geht ein bisschen schlechter. Obwohl, er bleibt doch wieder stehen. So, und mal gucken, wie... Wer will denn als nächstes? Na komm! So. Er ist tot. Du bist aber noch nicht tot. Und das gefällt mir nicht. So. Jetzt drücke ich natürlich die ganze Zeit Shift. Außer sehen. Aber egal. Ui. Ui. Naja. Okay. Wen haben wir denn hier? So. Pfff. So. Ach, es geht so schön mit dem Obsidian-Spitzhammer. Den habe ich mir eigentlich so früh noch nie gekauft. Aber naja. Wir hatten ja das Geld. Wir haben ja auch wieder schon halbwegs viel Geld. Sollen wir eigentlich recht sein. Oder? So. Upp. Der wird natürlich erstmal geköpft. Der Boss ist besiegt. Ich verschwinde hier. Ne. Du verschwindest hier nicht. Du bleibst schön hier. Ja. Wir haben den Boss kurzer Hand getötet. Pfff. 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 Du musst noch sterben. Du musst noch sterben. Tut mir leid. Du musst sterben. Verdammt. Okay. Jetzt haben wir vielleicht einen guten... Ich benutze einfach den jetzt schon mal. Nur um ein bisschen Gefühl dazu zu kriegen. Pff. Pff. Warum nicht so besser. Pff. Was haben wir hier? Nein haben wir natürlich nicht. ein wenig. Pff. 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 zu zerdeppern. Dort drin finden wir natürlich auch noch ein bisschen. Und das ist sogar noch eine Trug. Ah wunderbar. Was haben wir denn hier? Hm? Ein Stahlspitzer mal. Den brauchen wir natürlich. Wir haben einen besseren. Also ist das jetzt natürlich schon ein bisschen blöd. Aber egal. So. Wir haben ganz viele Kuchen bekommen. Wir können jetzt natürlich einen Blaubeerkuchen futtern. Da werden wir aber dicker. Nach der Zeit werden wir zu viel davon futtern. Das wollen wir nicht.